12.000 Schaden Headshot? Ja Endlich, du hast mal kapiert, dass man die ganzen Kisten looten muss Was hab ich kapiert? Und ihn ihr aus den gebrauchenen Fingern gerissen Aber wir haben sie leben lassen, denn so sind Helden Da vorne gibt's noch Loot Da vorne gibt's Loot Umdrehen, umdrehen Wir haben stundenlang auf die angeprügelt Und die weggenommen Aber wir haben sie leben lassen Denn so sind Helden Einen Scheiß gibt's da Loot Willst du sagen? Achter, kommen wir her, ne? Seitliche müssen es geben eigentlich Ja, der ist wirklich große Waffenkiste, siehste Gunsaker Mod Ja, die Sirenen Mod nicht, du Depp Läuft, läuft Wenn du einfach mal schaust, was drin ist Und dann vielleicht die Sirenen Mod Gibt's oder so? Ja, das mach ich gleich danach Ja, das mach ich gleich danach Das mach ich gleich danach Und was gab's hier? Pistolen Ich bin faul übrigens Und ich hab... Ich guck nochmal kurz was da für ne Mod war Ja, wär ganz geil Wo ist das denn? Mhmmm Ne AHHHHHHHHHHHHH Da... Gunsaker What the fuck ist das denn? Na da war Gunsaker, Micromancer, Gunsaker, Psyco, Sirene Möglicher Feuerschaden, Schildladeverzögerungs-Bullshit und das war's eigentlich schon. War nur irgendwas für Schildladerate. Okay. Interessiert dich ja eh nicht. Nein. Was würde dich denn interessieren? Entweder, ähm hier, Abklingzeitverringerung für ein Skill. Gesundheitsregeneration für ein Steam, nein. Möglicher Feuerschaden, nein. Wirklich Korrosionsschaden. Pack ich mal drauf. Moment kurz mal, ich wirf ein paar Sachen weg. Mal nicht looten, was hier liegt bitte. Nicht looten. SMG Schuster, achso. Team Regeneration brauchst du nicht. Jetzt kannst du erst looten. Muss erstmal verkaufen, gleich bin ich voll. Weniger Alk trinken. Alter. Ich müsste echt mal looten. Äh nicht looten, verkaufen gehen. Ja, ja. Ja, ja. Upsi. So, weiterlaufen. Ja, müsste ich auch mal. Ja. Ja. Hier ist ein Market. Oh, ja. Nico. Geiler Bossfight. Erst verkaufe ich. Erst verkaufen. Bissere Ware findest du nirgendwo. Dafür hab ich gesorgt. Team Magazin Größe. Ähm, Shotgun Schaden plus 9,2%, Shotgun Ladegeschwindigkeit plus 44%. Shotgun Schaden plus 9,2%, erhöht die Dauer des Kämpfeln um dein Leben um 10%. Hab schon. Genau die gleiche. Ah. Action Skaffler Zeit. Ach komm, geh mal. Moment kurz. Moment, 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 Moment. Ich werde ein paar Sachen umfitten. Mal. Mal. Ich habe hier übrigens den Kampf umgespannen. Soll ich jetzt schon looten oder lieber nicht? Warte. Wir machen die Automatik-Schützer-Marsch. Eins weg. Siehst du das große da hinten? Das runde Teil? Ja. Da ist der Poker. Okay. Automatik-Schütz hinter dir. Leck mich am Arsch, ey. Automatik-Geschütz im Nahkampf-Spiel. Pass auf die Laser auf! Stell dich auf die Kisten drauf! War zu spät. Stell dich auf die Laser drauf, du Depp! Auf die Kisten, du Mongo! Auf die Kisten meinte ich ja. Exploder! Ich level fix. Was machst du? Auf 3,6% Lifesteal aufleveln. Kill die Geschütze! Wo sitzen die? Ja, man muss nen Bull-Oder killen. Überlebst du? Ja, ja. Wenn du den... Alter, erstmal nachladen, wa? Ja, hätt ich nie sie überlebt. Ja, hätt ich nie sie überlebt. Uncool! Ja, da ist ne Automatik-Geschütz hinter dir. Mach's Automatik-Mach's-Geschütz kaputt! Geh auf die Kisten! Komm ich grad nicht wirklich hin. Geh auf die Kisten, alter! Ja, kam ich grad nicht hin! Von wo? Von wo? Wir müssen auf die andere Seite rüber. Eine Rennen! Mach ich schon! Ja, die kommen ja auf der anderen Seite die ganze Zeit her. Achso! Aha! Ja, hätt ich drauf schauen sollen, ne? That's the way! Aha, aha! I like it! Aha, aha! That's the way! Aha, aha! Oh! Loot! Alter, wie viel Loot hier liegt! Ist ja abgeil! Abgeil! Genau! Abnormal geil! Oh! Weg mit dem! Alter, heet damage von sehr vielen Seiten! Auf sehr vielen Ebenen! Erstmal nachladen! Oh! Weg! Ein Hotloader! Bisschen Scherz, oder? Achtung, Laser! Blackie ist da! Julian, pass auf, Blacky ist da. Welcher rote Punkt? Die Automatik schützt am hinten roten Punkt, wie die Roboter auch vorne. Nächstes Level erreicht. Auch schon. Junge, nur weil ich 10 Sekunden nach dir das Level erreicht, heißt es nämlich auch schon. Ich habe das erste Level schon wieder voll ausgeballt. Ja, du musst mich auch dauernd wieder beleben. Und ja, du musst, ach da oben ist ein Geschütz. Noch ein Geschütz weniger. Oh, Laser. Blacky ist wieder am Start. Scheiße, geh hoch. Alter, ballert das wie ich. Bam, komm, komm, komm. Mit der Scheiße. Komm, noch ein Geschütz übrig, das kriegen wir wohl noch. Oh, Geschütze weg. Keine Automatikgeschütze mehr. Guter Arbeitsstab. Lass mich anstehen, lass mich anstehen, lass mich anstehen, lass mich anstehen. Glaubst du wirklich, ich würde Angel nur mit ein paar Bots und wackeligen Kanonen schützen? Weißt du, du bist nicht wirklich am Bunker. Der Bunker ist kein Ort. Ja, das ist der Bunker. Darf ich vorstellen, wie in KV-A, der größte Verteidigungsspot, der je gebaut wurde. Ich habe ihn selbst entworfen, jetzt neutral gefallen. Oh, ich darf. Organ coming. Auf das Auge schießen. Pff, leicht gesagt. Auf das Auge schießen, auf das Auge schießen. Leicht gesagt. Denkst du, ich komme da irgendwie hin? Automatikgeschütze kaputt machen erst. Tu das denn. Der ist viel zu weit weg für mich, wie der Schrotze. Fuck. Dann nimm den Sniper und den Raketenwerfer. Okay, über den Ring rennen und looten. Du hast mir einen Läden. Zu spät. Das schießt vorne auf das rote Auge. Ich sehe kein rotes Auge. Deine scheiß Lappen, der scheiß Lappen einfach vorne. Und renn über den Ring auf und looten. Wo ist denn der Bunker? Ah, hier oben sind Waffen. Was für Waffen? Wieso willst du nur looten und es ist nicht unten im Market? Der will lernen. Fuck, 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 fuck. Juli. Ja? Ich gehe kurz Muni kaufen. Mach das. Ich bin kurz überleben. Scheiße, scheiße, scheiße. Hört sich voll gut an bei dir. Kämpf mal allein gegen das scheiß Vieh. Näh, 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 näh. Das Ding hat obendrauf jetzt so eine große Automatikgeschütze gespawnt. Neben mir spawnt gerade ein Exploder. Ist nicht geil, wenn so ein Viecher hinter dir herläuft. Frag mich mal. Da fühlt man sich irgendwie nicht sicher. Alter, hier liegt mir jede Menge Muni. Brauchst du auch. Ein Automatikschütz ist weg. Wo sind denn die drauf? Wo sind denn die Dinger? Was? Wo sind denn die automatischen Geschütze? Die sind am, die sind alle Bunker dran an den vier. Und es macht den Bunker an sich keinen Schaden, wenn du nur auf die Geschütze ballerst. Was sind denn die Geschütze bei dem? Die habe ich sie alle getötet. Ja, da muss man ja herankommen, damit ich da mit dem der Match machen kann. Jetzt bringe ich da jetzt gerade noch gar nichts. Rennen wir mal kurz eine Runde. What the fuck? Ich will gleich mal kurz eine Runde Muni kaufen. Dann halt du mir die Bots von Leib, dann schließt ich den Bunker am Arsch. Ja gut läuft, wo stehst du denn? Und dann geht doch mal kurz. Ich will dir gerne mal kurz in Hürden Dunfoilign für dich her ne? Ich geh nicht auf sich Genau alles.